Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Adventskalender. Mit der linken Maustaste könnt ihr, wie gesagt, dieses hier machen. Da wird man auch ein bisschen bekloppt. Mit rechts könnt ihr den kompletten Charakter einmal drehen. Unter Settings könnt ihr das alles machen. Ich habe den schon soweit fertig. Auch hier mit dem Rucksack und Farbe und so von den Klamotten und überhaupt. Das alles macht ihr hier unter Settings und bzw. glaube ich ganz am Anfang Main Settings. Ne, das ist es nicht. Aber wenn ihr anfangt, dann könnt ihr euch als erstes einen Charakter erstellen. Machen wir jetzt aber nicht. Ich habe einen erstellt und ich würde sagen, ja, wir gucken mal so 10-15 Minuten rein. Einfach mal so, weil wir es können. Ich hoffe, dass ich mit der Auflösung und allem so einigermaßen im grünen Bereich bin. Ansonsten müsste ich da eventuell noch mal was umstellen. Ah. Guten Tag. Okay. To speak. Ich muss wahrscheinlich noch ein Mal was. Okay. How was your trip? Hello. I got you. Okay. Thanks. Great. Let's arrange it in advance. You go after me and obey everything I tell you. You entered the zone. You don't know the zone. I know it. And will help you to figure it out. Mein Gott, ich glaube, das war. Ich kann. I know it and will help you to figure it out. So, jetzt haben wir das endlich auch mal zusammen. Meine Güte. This is for your own safety. For our safety. Habe ich eine Wahl? Nein. Oh, ich habe eine. Just sit in the boat and go back. Okay. Okay. Then there's no reasons to stay here. We have a long way to go. Okay. Ah. Danke. Please. Can you tell me how I... Ah. Mit der, ähm, der Taste. Okay. Danke. Ja, Entschuldigung. Also, entweder liegt es an meinem Internet, was momentan echt total ätzend ist. Oder ich habe keine Ahnung. Aber naja. Okay. Äh, das ist so ein bisschen, äh, äh, semi-optimal, würde ich sagen. To run faster than... und so weiter und so fort. Ja. Okay. Wir quatschen ihn mal an. Gucken, was er will. Äh, okay. Äh, es ist doof, dass das immer so ein bisschen wegspringt. Das finde ich jetzt persönlich nicht so in Ordnung. To run faster, turn the mouse wheel away from yourself while moving. Ah, okay. Wenn man das Mausrad dreht, kann man seine Geschwindigkeit auch noch einstellen. To move slower, turn the mouse wheel towards yourself. Okay. Talking to the guide. Before, uh, moving further, we have to... to have a snack. Did you take something to eat? One should be more careful with local flour here as well as with the meat of local animals. The mouse meal is unfit for consumption without pre-treatment. Let's see what we have in your backpack. Okay. Äh, äh, um, if you are ... Tori ... So, jetzt wollen wir mal einen gucken, ähm, okay, wir haben SteuMate, SteuMate, ähm, Water haben wir, zwei halbe Liter Flaschen, ähm, ein, ähm, ein, ähm, ein Erste-Hilfe-Set aus dem Auto wahrscheinlich, Car-Medicat, und ein, ähm, Klappmesser haben wir, okay. Okay, ähm, yes, uh, Drag-With-Moss, the Bottle of Water, SteuMate-Medicat, to the Fast-Access Slot in the, okay, ah, the Bottle of Water, okay, in the lower right, okay, wir packen mal da hin. Okay, erst mal trinkt er jetzt was, perfekt, und dann will er noch was essen, oder auch nicht, okay, perfekt. Um, drink the water, to use the iPhone, first slot, press corresponding numbers on the keyboard, the Sama-Gatan, okay. Okay, okay, was, soll ich nochmal essen? Wie viel soll ich denn essen davon? Ah, talk to the guide, okay, also, I want to reclame wieder ausmachen. Got grabbed, yes, what next? Don't you have a knife, yes, äh, ja, haben wir ja, it's time to hang it on your belt, and you better put something on your head. Tie a bandana on, maybe, by the way, I have one, take it. Um, okay. Open mal wieder die Dings, ähm, and the screen will correct this, ooh, okay, and then, ähm, we put, ja, ah, okay, er macht das, alles klar, okay, das hätten wir. Und das, ähm, Messer nehmen wir auch mal, oder wollen wir das so machen, ist vielleicht besser, auch hier. Äh, cool, not the bandana, Jack, could, ah, warte mal, Moment, okay, 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 ähm, ah, Waffen können wir hier, alles klar. Ähm, hier? Okay, er nimmt es generell nicht, richtig? Okay, also, er gibt es noch eine Reputation, P4P starts, oh Gott, ja. Ähm, equip the knife and the bandana, okay, ähm, bandana hat, äh, hat, 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 was most the necessary item from the back way to the equipment screen, or click right mouse, okay. No, wir machen das mal anders. Ah, okay, so kann man es machen. Ah, da unten kommt es hin, alles klar, okay. Ja gut, muss einem gesagt werden, ne? Ja, jetzt sieht er richtig aus wie Rambo mit seinem... Mandana, you know, what, we ought to collect the firewood, while we are hiking through this forest. Um, ah, crests ist unter journal, also wie j, pick up wood for future, pin crest, okay. Okay, ist angepinnt. Find nearby as much firewood as it's demanded in the quest. Okay. Ähm. Ähm. Äh, tschüss. Ach so, wir sollen ihn followen. Ja, der haut einfach ab hier. Ich musste mich doch erst mit meiner Katze auseinandersetzen. Mensch. Wenn man natürlich dann immer zurückgeworfen wird, ist das doof. Aber wir kommen da gleich an, keine Sorge, Leute. So. Dann follow wir ihn mal. Wie gesagt, das ganze Spiel kann ich euch jetzt halt leider nicht zeigen. Halt nur so ein kleiner Einblick. Wie gesagt, das ist halt das Tutorial. Und, ähm, ja. Einfach mal so ein bisschen zeigen. Ah, okay. Wir haben eine Homebase. Alles klar. Ich nehme mal an, wir können da rein. Okay. Die Geräusche sind jetzt nicht so genial. Oh, Entschuldigung. Ja, meine Güte. So. Ach, talk to the guide. Ja, Entschuldigung. Ich bin halt nicht mehr so fit. All right. Do you see the breach? Um, you think that it has appeared just by itself? Well, I don't think so. Throw the stone there. You'll see something interesting. Ähm, da hinten stein? Was für ein Stein, bitte? Ah. Diesen wahrscheinlich, oder? Diesen Stein. Ich weiß jetzt nicht, was er von mir will, ehrlich gesagt. Aber, bevor das jetzt hier noch ein bisschen länger wird, ähm, wie gesagt, ihr habt einen kleinen Eindruck, ähm, das sieht echt ein bisschen unheimlich aus, wenn ich das mal so dezent sagen darf. Eventuell spiele ich es für mich ein bisschen privat, um ein bisschen, ja, irgendwie zu sehen, was hier noch so abgeht. Ansonsten würde ich sagen, war es das gewesen. Ähm, ich muss es sowieso wieder zusammenschneiden. Ist schon wieder ein 20-Minuten-Ding geworden, wahrscheinlich. Und, ähm, ja. Auf jeden Fall würde ich sagen, lasst dem Video gerne ein Like, da ein Abo für den Kanal. Aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Schreibt in die Kommentare, was ihr gerne möchtet, ähm, was ihr von dem Spiel haltet. Also, so viel habt ihr ja jetzt nun mal nicht gesehen. Ähm, eventuell zeige ich dann nochmal eine Folge von, wenn ihr das macht. Und, ähm, ja, dann würde ich sagen, war es das gewesen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Musik 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 Musik